Schon mal einen Trilobiten gezähmt? Nein? Dann zeige ich dir, wie es geht. Und fragt mich bitte nicht, warum bei mir am Strand ihr Hühner langlaufen, ich weiß das nämlich selber nicht. Um den Trilobiten zu zähmen, braucht ihr einfach nur eine Fischreuse und die müsst ihr sofort im Trilobiten aufstellen, dass er im besten Falle da reinschwimmt und nicht in die andere Richtung. Die braucht nämlich eine Zeit, bis ihr sie auslösen könnt und dann habt ihr ihn eigentlich auch schon gefangen. Das ist jetzt wie so eine Art Kryokapsel, wenn ihr den jetzt rauswerft, ist sie aber weg. Das heißt, um ihn dann wieder reinzunehmen, müsst ihr eine neue Kryokapsel machen oder einen neuen Fischbasket. Fragt mich jetzt bitte nicht, wofür ihr die braucht, manche Leute lassen die einfach am Strand und verstecken ihren Stuff da drin. Ich bin so eine, die am Strand rumrennt und jeden Trilobiten killt, um die Perlen zu farmen, also ich würde das nicht machen. Aber vielleicht hat einer von euch ja die Challenge, ich zähle mir jedes unnütze viel in Ark und das wäre dann genau das Richtige dafür.